Es gibt jetzt durchaus einige Anspielstationen. Wird das die Führung? Frau Campos, da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kult. Rabiot. Die Maria. Oh, das könnte was werden. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die... Jussef Venezi. Ein toller Versuch und der Ball fliegt auf den Querbalken. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Tor-Ausgleich für Juventus. Ist gefährlich. Gehalten von Jesse. Weiter gefährlich. Ja, das haben sie geahnt nach dieser tollen Parade. Die Szene ist noch nicht vorbei und dann schaffen sie doch doch das Tor. Ja, das war. Ja, das war. Hier ist noch nicht mehr. Dann kann er sich mit der Schleifung auch darauf aus. Jenni. Dann kann er nicht mehr. Kinder sind nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Also auch das Tee. Ich bin noch nicht mehr. Ja, das ist nicht mehr. Wir sind noch nicht mehr. Vielen Dank.